Tag 11, let's get it home! Wir haben hier Sachen. Wir haben gerade hier gearbeitet. Aber wir können euch das nicht zeigen. Deswegen müsst ihr euch den Film später angucken. Das wird Ende 2012 oder Anfang 2013 zu sehen sein. Das ist alles, was ich sagen kann. So, jetzt drehen wir hier am Main. Es ist sehr schön hier. Und was passieren wir heute? Was sehen wir? Ich mach dich fertig heute. Nee, ich mach sie fertig, weil sie brennt heulend weg. Also wenn wir das mit dieser Frau machen... Nee, ich hab auch ne Kamera. Wir laufen gerade. Wir richten ja jetzt gleich ein. Was wir gerade machen. Und ja... Wir werden jetzt Licht aufbauen. Alles mögliche hier am Main-Gleis. Und dann werden wir drehen. Und ja, ich schiebe jetzt noch ein bisschen meinen Text. Damit das alles perfekt läuft. Sonst alles cool, ne? Puh. Hallo. Facebook Leute. Mir ist saugkalt, ich musste gerade ganz bitterlich weinen, aber nur für die Szene, also keine Panik, mir geht's gut und ich gehe jetzt nach Hause und ich habe Feierabend. Wir haben jetzt Schluss, also wir haben Drehschluss und es war ein langer Tag, wir haben sehr viele Takes gehabt, ich glaube Take 350 oder so und ja, jetzt packen wir zusammen und es war ein schöner Tag, aber es ist cold, sehr kalt, jetzt nehme ich jetzt an und dann gehe ich partying. Oh yeah, peace! Hallo, ja wir sind jetzt fertig, bzw. mit der Szene sind wir fertig, ich gehe jetzt nach Hause weil mein Zug leider fährt und offensichtlich drehen wir noch eine und ja, ich bin froh, dass wir heute jetzt die eine Szene im Kasten haben und ich freue mich auf euch bei Facebook. Tschüssi! Hi, how are you on Facebook? Hello Hannah Blamore, hello all my friends on Facebook, all you nice guys on my Facebook Page. Hi, hi, hi and love you too. Please forward our page and share a page and like a page and visit us. like this video. I'm sorry I'm sorry! Bye! My name is Drehschluss. I think I should share a page and say a page and share. I will be with you in my family and a page and share in our city. I will be with you on Facebook type stuff. I will be with you... And I'll be with you...